Hier ist auch wieder mehr Wasser drin. Da war Schlamm in etwa. Hier ist auch wieder Wasser drin. da so war auch kein wasser das alles hier das ganze wasser und die vorne war auch zurückgegangen sind doch so einige liter gefallen und auch drin geblieben dank dass es noch nicht ganz so ausgetrocknet war drüben sieht ja schon anders aus also dann geht mal zu schnell wieder versickert auch dem trockenen stellen durch die grüne sieht man jetzt die fische leider nicht mehr es lang ja ganz viele gute fische drin sauerstoffmangel hitze der andere ist nicht grün nicht mehr gott geräusche geräusche ... Vielen Dank.